Die serbische Fußball-Nationalmannschaft ist die Auswahlmannschaft des serbischen Fußballbundes. Sie wird seit November 2014 von Radovan Körčić betreut und trägt ihre Heimspiele meistens im Roter Stern Stadion aus. In den Statistiken der FIFA und UEFA werden die Spiele und Erfolge der jugoslawischen Nationalmannschaft, der Nationalmannschaft der Bundesrepublik Jugoslawien bzw. der serbisch-montenegrinischen Nationalmannschaft der serbischen Auswahl zugerechnet, da innerhalb der Organisation der serbische Fußballverband die Nachfolge des jugoslawischen Verbandes angetreten hat. Geschichte Der Fußballsport gelangte im späten 19. Jahrhundert nach Serbien. Er wurde im damaligen Königreich durch Schüler und Studenten populär, die erstmals im Ausland mit dieser Ballsporttat in Berührung gekommen waren. 1896 begann es seinen Lauf zu nehmen, als Hugo Bulli den ersten Lederfußball aus Deutschland nach Belgrad mitbrachte. Die Zahl der Fußballspieler wuchs seitdem ständig und im Laufe der Jahre entstanden zahlreiche Vereine. Anfang 1911 kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Spielern des 1905 gegründeten Klubs SRP Schimek und dem Vereinspräsidenten Radivoyer Novakovic, der mit der Austragung eines Freundschaftsspiels gegen den HASK nicht einverstanden war. Dem 1906 gegründeten Verein aus Zagreb, der damals dem ungarischen Fußballverband unterstand und bereits an nationalen Wettbewerben teilnahm, war es vom Verband untersagt worden, internationale Spiele auszutragen. Grund war ein Gesetz von 1907, nachdem an allen Bahnhöfen im damaligen Königreich Kroatien und Slavonien, das zu Österreich-Ungarn gehörte, ausschließlich Ungarisch gesprochen werden sollte, dem sich die kroatische und die serbische Bevölkerung widersetzte. Der Tscheche Milošekat, der zuvor vom HASK zum SRP Schimek gewechselt war, blieb in Kontakt mit seinen ehemaligen Mannschaftskameraden und sah darin die Gelegenheit, ein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Mannschaften auszutragen. Die Spieler des SRP Schimats waren damit einverstanden, im Gegensatz zum Vereinspräsident, der diesem Vorschlag eine Absage erteilte. Er sah darin keinen Sinn, denn er glaubte, dass sein Verein viel schwächer sei als der HASK, der in der Tat bereits ein etablierter Verein war. So beschloss die Vereinsführung, dass alle Spieler, die trotzdem nach Zagreb fuhren, aufgrund undisziplinierten Verhaltens aus dem Verein ausgeschlossen werden sollten. Sicht dessen bewusst fuhren zahlreiche Spieler, begleitet von einigen Spielern eines weiteren serbischen Vereins namens SK Soko, die sich dazu gemeinsam als Nationalmannschaft des Königreichs Serbien ausgaben, zum Spiel. Dort angekommen, absolvierte man die Begegnung am 19. Mai 1911, die man schließlich mit 0 zu 8 verlor. Am nächsten Tag spielte man erneut, verlor aber auch die zweite Begegnung. Diesmal mit 0 zu 6. Die damaligen Sagrepet-Zeitungen priesen die serbische Mannschaft für ihre Bemühungen und ihren Mut. Den besseren und deutlich erfahreneren HASK herauszufordern, während man daheim aufgrund des verantwortungslosen Alleingangs großer Kritik ausgesetzt war. Hauptsächlich, weil man nicht unter dem Namen SRP Schimek auflief, sondern sich selbst als Nationalmannschaft des Königreichs bezeichnete. Trotzdem wurde auch die Spielweise kritisiert, dabei wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass es in Serbien auf Vereinsebene noch keinen landesweit übergreifenden Wettbewerb gab, sowie die Tatsache, dass bei einem Teil der Öffentlichkeit und der Presse eine Wahrnehmung über die besten Vereine und Spieler der Region jener Periode fehlte. Vor allem mit Berücksichtigung der Anzahl der Begegnungen und deren Ergebnisse. Letztendlich wurden die Dissidenten aus den Vereinen ausgeschlossen, was schließlich zur Entstehung des BSK führte. Auch wenn die Begegnung nur ein inoffizielles Freundschaftsspiel war, betrachtet es der serbische Fußballbund als erstes Auftreten einer serbischen Nationalmannschaft. Auch wenn es keine aus den besten serbischen Spielern zusammengesetzte Auswahlmannschaft war. 1911 bis 1930 Uruguay, Montevideo Estadio Centenario mit der Bildung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen 1918 bzw. des Königreichs Jugoslawien 1929 und 20 wurde Serbien Teil des neuen Staates. So spielten serbische Spieler von nun an mit den anderen Bevölkerungsgruppen der Monarchie in der jugoslawischen Nationalmannschaft. Mit der sie an Welt- und Europameisterschaften sowie an Olympischen Spielen teilnahmen, die bis 1992 bestehen sollte. Bereits bei der ersten WM 1930 im uruguayischen Montevideo gelang mit dem Halbfinaleinzug einer der größten Erfolge der jugoslawischen Nationalmannschaft. Die Besonderheit dabei war jedoch, dass es im jugoslawischen Verband kurz vor Turnierbeginn zu Streitigkeiten zwischen serbischen und kroatischen Funktionären gekommen war. Da der Verbandsitz von Zagreb in die Hauptstadt Belgrad verlegt wurde. Aus diesem Grund weigerte sich zunächst der Zagreper Regionalverband, der ohnehin gegen eine WM-Teilnahme war, die Meisterschaft wegen der WM zu unterbrechen bzw. zu verschieben. Dieser Weigerung schlossen sich kurz darauf weitere Verbände an, die schließlich die WM-Teilnahme boykottierten. So musste man vor allem auf begehrte kroatische Spieler verzichten, da ihnen von den Verbänden verboten wurde, für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Dies führte dazu, dass 14 Spieler aus Serbien nominiert wurden. Zusätzlich wurden drei Legionäre nominiert, die in Frankreich aktiv waren. So erhielt das jugoslawische Aufgebot mit Ausnahme von Ivan Beekano serbischstämmige Spieler, darunter die bekanntesten serbischen Spieler dieser Periode, Mittelfeldspieler Aleksandar Tirnanic und Angreifer Blagoja Majanovic. Dasselbe traf auch auf den Trainer- und Betreuerstab zu, der von Bosko Simonovic angeführt wurde. Beim ersten Spiel Jugoslawiens gegen das favorisierte Brasilien gelang mit dem 2-1-Sieg auf Anhieb eine Überraschung. Dabei erzielte Tirnanic das erste Tor der jugoslawischen WM-Geschichte. Nach einem Sieg über Bolivien kam man schließlich ins Halbfinale, wo man als letzter europäischer Vertreter gegen den zweifachen Olympiasieger und Gastgeber Uruguay im Estadio Centenario den kürzeren zog. Obwohl es sich hierbei um die jugoslawische Nationalmannschaft handelt, genießt dieser Auftritt in der serbischen Öffentlichkeit und beim serbischen Fußballverband aufgrund der hauptsächlich aus serbischen Spielern zusammengestellten Mannschaft eine Sonderstellung, da er als historischer Teil des serbischen Fußballs bzw. der serbischen Nationalmannschaft betrachtet wird. So wurde 2010 der serbische Film Montevideo Taste of a Dream veröffentlicht, der auf dem Erfolg der Nationalmannschaft während der WM 1930 basiert und die Anfänge des serbischen Fußballs sowie eine lyrische Geschichte über die Liebe zu diesem Sport jener Zeit darstellt, in dem vor allem Tirnanic und Marjanovic vorkommen. Da der Film mehrere nationale und internationale Preise erhielt, wurde aufgrund des Erfolgs schließlich daraus eine Fernsehserie, die 2012 ihren Einstand hatte. Als die Streitigkeiten im Verband beigelegt waren, bestand die jugoslawische Nationalmannschaft wieder aus allen Bevölkerungsgruppen des Landes, die anfangs überwiegend von serbischen und kroatischen Spielern sowie Trainern dominiert wurde. Später kamen auch zahlreiche bosnisch-muslimische, aber auch montenegrinische und solche aus anderen Bevölkerungsgruppen hinzu. In den folgenden Jahrzehnten haben sich auf internationalem Parkett häufig Licht und Schatten abgewechselt, teilweise war man sehr erfolgreich, während man in anderen Jahren sich hingegen nicht für die betreffenden Endrunden qualifizieren konnte. Bei acht Welt- und vier Europameisterschaften sowie zehn Olympischen Spielen war das Nationalteam insgesamt dabei. Das das Königreich Jugoslawien bzw. ab 1945 bis 1992 Dekasekunden sozialistische Jugoslawien vertreten hatte. Das erste Finale eines Turniers erreichte Jugoslawien bei den Olympischen Spielen 1948, wo man die Silbermedaille gewann. Am erfolgreichsten war die Mannschaft jedoch in den 1950er und 1960er Jahren, als man bei der WM 1954 unter den letzten acht einzog sowie 1952 und 1956 zwei weitere olympische Silbermedaillen gewinnen konnte. Bei der WM 1958 erreichte man erneut das Viertelfinale. Während man bei der EM 1960 in Frankreich Vize-Europameister wurde und die olympischen Spiele 1960 für sich entscheiden konnte. Sehr bestämmige bzw. aus Serbien stammende Spieler, die zu diesen Erfolgen beitrugen, waren während dieser Periode besonders offensive Spieler. Darunter Roter Sterns Sturm Durayko Mittik und Bora Kostic sowie Todor Veselinovic, der, gemessen an der Trefferquote, Jugoslawiens erfolgreichster Stürmer war, ebenso wie Milan Galic, der zweitbeste Torschütze Jugoslawiens aller Zeiten, sowie Milosz Milutinovic, der auch beim FC Bayern München unter Vertrag stand. Weitere waren Abwehrspieler Branko Stankovic, Torhüter Wladimir Bäre, einer der besten jener Zeit, und die offensiven Mittelfeldspieler Dragoslaw Sekularak und Vujadin Boskov. Der Höhenflug der Nationalelf setzte sich fort, so dass bei der WM 1962 in Chile zum zweiten Mal nach der WM 1930 DK-Sekunden-Halbfinale erreicht wurde. Während man bei der EM 1968 in Italien zum zweiten Mal ins Finale einzog. Somit gilt die Periode zwischen 1948 und 1968 als goldenes Zeitalter des jugoslawischen Nationalmannschaft, als sie zu den Besten der Welt gehörte. Diesmal waren es vor allem defensive Spieler aus Serbien, die Anteil an den Erfolgen hatten, darunter die Verteidiger Farudin Yusufi, Dragan Holzer und Wladimir Dokovic sowie Torwart Milutin Soskic, aber vor allem Dragan Jajic, der als Flügelspieler in der Nationalelf besonders seinen Stempel hinterließ, als er bei der EM 1968 Torschützenkönig wurde. Bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres 1968 hinter George Best Bobby Charlton und vor Franz Beckenbauer auf dem dritte Platz landete, sich zum Rekordnationalspieler entwickelte und bei der Jubilä 52 Golden Players Wahl 2004 zum bedeutendsten Spieler Serbiens der letzten 50 Jahre bestimmt wurde. In den 1970er Jahren konnte Jugoslawien bis auf den vierte Platz bei der EM 1976 im eigenen Land immer weniger an die kurz zuvor noch gezeigten Leistungen anknüpfen, trotz zahlreicher Spieler, die zu den besten Europas gehörten oder Vereinen, die auch im Europapokal für Furore sorgten, darunter Heiduk Splitt, Radnicki NIS, Celies Nika Sarajevo und besonders roter Stern Belgrad sowie einer immer stärker werdenden erste jugoslawischen Liga, die um die 1990er Jahre zu den stärksten der Welt gehörte. Neben einem Halbfinaleinzug bei den Olympischen Spielen 1980 und der nun vierten Silbermedaille 1984 blieb die Nationalelf auch in den folgenden zehn Jahren blass. Doch während der 1980er Jahre begann sich eine neue Generation zu entwickeln, die für viele Fußballexperten das Potenzial besaß, einen Titel zu gewinnen und somit die goldene Generation des jugoslawischen Fußballs zu werden, die bereits die Junioren-WM 1987 für sich entscheiden konnte sowie bei der U21-EM 1990 Vize-Europameister wurde. Die Qualifikation zur WM 1990 in Italien beendete man ohne Niederlage auf dem ersten Platz, ließ Schottland und Frankreich hinter sich und war aufgrund des souveränen Gruppensieges und hochkarätiger Spieler hoch eingeschätzt. Nachdem man Spanien im Achtelfinale besiegte, rannte das überlegene Jugoslawien im Viertelfinale vergeblich gegen das Abwehrbollwerk der Argentinier an. So musste das Elfmeterschießen entscheiden, bei dem Jugoslawien den kürzeren zog. Doch die Männer aus Südosteuropa wussten sich zu steigern. Denn nicht nur Roter Sterns Welt- und Europapokalsieg 1991 war ein weiterer Vorbote für die Titelreife der jugoslawischen Nationalmannschaft, sondern auch der Gruppensieg bei der Qualifikation für die EM 1992 in Schweden und vor allem ihre zahlreichen Stars. Darunter die Verteidiger Robert Jani und Schrekko Katanek, Spielmacher Zwonimir Boban und Robert Prosinecki, Stürmer davor Schuker und Ayn Boxic, ebenso wie Dejan Savicevic, Predrek Miljatovic und Daku Panschiv, sowie die aus Serbien stammenden Spieler Dragans Dojkovic, Sinisa Mihailovic und Wladimir Jugovic. Doch anstatt die Reise nach Schweden und in eine hoffnungsvolle Zukunft anzutreten, erlebten Verband und Nationalteam in der ersten Hälfte der 1990er Jahre ihre bitterste Zeit. Bereits 1991 war der Jugoslawien-Krieg ausgebrochen, so dass im Zuge des Zerfalls Jugoslawiens die Nationalmannschaft mehrfach nicht zur Qualifikation für Welt- bzw. Europameisterschaften zugelassen wurde. Am düstersten war die Situation letztendlich bei der EM 1992, als man zum engen Favoritenkreis gehörte, wurde dann aber aufgrund der UN-Sanktionen gegen Jugoslawien von der UEFA ausgeschlossen. Dafür rückte das eigentlich gar nicht qualifizierte Dänemark nach und wurde schließlich Europameister. Somit war eine der stärksten und vielversprechendsten Nationalmannschaften jener Zeit auseinandergebrochen, aus der am Ende sechs neue Nationalmannschaften hervorgehen sollten. Nach dem Auflösung Jugoslawiens 1992 wurde die Bundesrepublik Jugoslawien gegründet, die aus den Teilrepubliken Serbien und Montenegro bestand. Wodurch man einer serbischen Nationalmannschaft deutlich näher kam. Sie behielt den Namen Jugoslawien bis 2003, als das Land seinen Namen in Serbien und Montenegro änderte. So spielten serbischstämmige bzw. aus Serbien stammende Spieler bis 2003 für die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Jugoslawien und in der serbisch-montenegrinische Nationalmannschaft, die bis 2006 bestehen sollte. Nachdem sich Montenegro am 3. Juni 2006 offiziell vom Staatenbündnis getrennt hatte, wurde die serbische Nationalmannschaft neu formiert. Davon unberührt war jedoch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Die beiden Nationen bestritten die Spiele der Weltmeisterschaft trotz Souveränität noch unter einer Flagge und als eine Mannschaft. Im Anschluss trennten sie sich in serbische und montenegrinische Nationalmannschaft. 2006 bis 2008 als eigenständiger Start unter Klemente und Tukic erster Trainer der serbischen Nationalmannschaft wurde der Spanier Javier Klemente, der am 20. Juli 2006 einen Zwei-Jahres-Vertrag beim serbischen Fußballbund unterzeichnete. Somit bekleidete zum ersten Mal in der Geschichte des serbischen bzw. des vorhergegangenen jugoslawischen Fußballs ein Ausländer, das Amt der Cheftrainers. Das erste offizielle Länderspiel der serbischen Nationalmannschaft wurde am 16. August 2006 gegen die tschechische Auswahl beim Abschiedsspiel von Pavel Nedved in Orsgehiradista ausgetragen. Serbien trat in diesem Spiel somit zum ersten Mal als eigenständiger Start an. Die ersten Pflichtspiele bestritt Serbien in den Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft 2008 in der Gruppe A. Dabei traf das Team um Javier Klemente am 2. September 2006 im Roter Sternstadion auf die aserbaidschanische Auswahl. Das Spiel endete mit einem 1-0-Heimsieg. Das Spiel wurde vor leeren Rängen ausgetragen. Dies war die Konsequenz der UEFA nach den Fahnausschreitungen im Sarajevo bei den Qualifikationsspielen zur WM 2006. Weitere Gegner in dieser Qualifikationsgruppe waren Portugal, Polen, Belgien, Finnland, Armenien und Kasachstan. Durch das 2-2-unentschieden im vorletzten Spiel der Vorrundenphase gegen Polen verpasste die Mannschaft die Qualifikation zur Europameisterschaft 2008. Die Konsequenzen musste der Trainer Javier Klemente tragen. Dessen Vertrag durch das Verpassen der Qualifikation vorzeitig zum Dezember 2007 vom Verband aufgehoben wurde. Der ehemalige Trainer von Partisan Belgrad und der serbischen U21-Auswahl, Miroslav Tukic, wurde am 25. Dezember 2007 in Belgrad offiziell als neuer Trainer der Nationalmannschaft und der Olympia-Auswahl vom FSS bestätigt. Er war daher der erste Serbe in diesem Amt. Schon im August 2008 kündigte der Verband seinen Vertrag fristlos, da er sowohl bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking als auch mit der A-Nationalmannschaft keinen Sieg erringen konnte. Der serbische Fußball ist zu diesem Zeitpunkt auf seinem absoluten Tiefpunkt angelangt. Die Erfolglosigkeit führte dazu, dass sich die Fans Serbiens von der Nationalmannschaft abwandten. Zu einer rapide Abfallenden-Einschaltquote bei TV-Übertragungen und zu Heimspielen mit einem verhältnismäßig niedrigen Zuschauerschnitt. 2008 bis 2010 mit Antic zur Weltmeisterschaft 2010 Tukics Nachfolger wurde der erfahrene Radomir Antic, der bereits Vereine wie den FC Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid trainierte. Mit letzterem gewann er im Jahr 1996 die Kasekunden-Dumble. Mit einem Jahresgehalt von 650.000 Euro zuzüglich prämieren, war Antic der bis dahin mit Abstand bestbezahlte Trainer Serbiens und seiner Vorgänger-Nationalmannschaften. Bei seiner Verpflichtung genoss er unter der Bevölkerung den Ruf, der beste Trainer des Landes zu sein und als einziger wieder Disziplin in die Mannschaft bringen zu können. Die Erwartungen der Serben wurden mit der direkten Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika übertroffen. Der Mannschaft gelang es, sich bereits vor dem letzten Spieltag mit einem 5-0-Sieg gegen Rumänien den ersten Platz der Qualifikationsgruppe 7, unter anderem vor Frankreich, Österreich und Rumänien, zu sichern. Das letzte Spiel der Gruppenphase gegen Litauen stand jedoch im Verdacht der UEFA durch den suspendierten bulgarischen Schiedsrichter Anton Genov manipuliert worden zu sein. Dabei wurden den Litauern zwei zweifelhafte Strafstöße zugesprochen. Das Spiel endete mit einem 2-1-Sieg für Litauen. In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 traf die serbische Mannschaft auf Ghana, Deutschland und Australien und schied mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Vorrunde als Gruppenletzter aus, konnte jedoch in der Gruppenphase Deutschland mit 1-0 besiegen. Der Misserfolg resultierte in einem in der Öffentlichkeit ausgetragenen Schlagabtausch zwischen dem Trainer und dem Verband. Dieser forderte von Entig, die Verantwortung für das frühe Ausscheiden aus dem Turnier zu tragen und seinen Rücktritt zu verkünden. Entig jedoch weigerte sich, weshalb es nach seiner Entlassung im September 2010 zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kam, in der Entig seine vertraglich festgehaltene Jahresgage einforderte und letztendlich 2011 durch ein Gericht zugesprochen bekam. Wladimir Petrovic trat Mitte September die Nachfolge Entigs an. In Warschau wurde die serbische Nationalmannschaft am 7. Februar 2010 in die Qualifikationsgruppe C zur Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine gelost. Dort traf sie auf Italien, Nordirland, Slowenien, Estland und die Föhr. Am zweiten Spieltag kam es zu Spielbeginn gegen Italien in Genua zu Ausschreitungen serbischer Hoolings. Die Partie wurde beim Stand von 0 zu 0 abgebrochen und nachträglich durch die UEFA mit 3 zu 0 für Italien gewertet. Die restliche Qualifikationsphase bot die Mannschaft eine desolate Leistung und konnte sich somit nicht für die EM qualifizieren. Nachdem das entscheidende Spiel gegen Slowenien mit 0 zu 1 verloren worden war, gaben sowohl Mannschaftskapitän Dejan Stankovic als auch Nemanja Wiedig ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Am 14. Oktober 2011, drei Tage nach dem Spiel, trennte sich zudem der serbische Fußballverband mit sofortiger Wirkung von Trainer Wladimir Petrovic. Als Interimstrainer wurde am 18. Oktober 2011 sein Co-Trainer Radovan Körcic benannt, der während der Freundschaftsspieltour in Mittelamerika die Mannschaft betreuen sollte. Die beiden Begegnungen gegen Mexiko und Honduras verlor die Mannschaft. Am 30. Juli 2011 wurde die serbische Nationalmannschaft von der FIFA in die Qualifikationsgruppe A zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien gelost. Dabei traf sie auf die Nationalmannschaften Belgiens, Kroatiens, Mazedonins, Schottlands und auf die walisische Nationalauswahl. Am 21. Mai 2012 unterschrieb sie Nisa Mihailovic einen Zwei-Jahres-Vertrag. Als Ziel gab er das Erreichen der WM 2014 an. Nach zwei Siegen, zwei Remy und vier Niederlagen hatte Serbien bei zwei noch ausstehenden Spielen bereits am 6. September 2013 keine Chance mehr sich zu qualifizieren. Mihailovic wurde schließlich Trainer bei Sampdoria Genua. Im Februar 2014 wurde Joven Kudrulovic als Interimstrainer benannt. Seit dem 22. Juli 2014 ist Dick Advokat neuer Trainer. Spielkleidung Die serbische Fußball-Nationalmannschaft spielt in roten Leibchen, blauen Hosen und weißen Stutzen. Diese Farbwahl wurde in Anlehnung an die serbische Flagge getroffen. Bei Auswärtsspielen wird in der Regel in klassischen weißen Trikots, Hosen und Stutzen angetreten. Bei Heimspielen setzt man wie bisher auf die rot-blau-weiß Garnitur. Team Ausrüster des FSS ist das Unternehmen Nike. Die Wahl des Schuhwerks ist den Spielern freigestellt.